Anthony hat diesen Text bei Instagram gepostet, um auf die Podcast-Folge zu dem Thema hinzuweisen. Er sagt, Zähne, alle werden gebohrt. Weltweit sitzen Millionen von Menschen in Zahnarztpraxen und lassen sich die Zähne aufbohren. Kronen, Implantate, Brücken, Füllungen, Wurzelbehandlungen, Veneers und Zahnreparaturen sind ein alltägliches Thema, während die Ursachen von Zahnproblemen noch immer ein Rätsel sind. In der Welt der Zahnärzte gibt es die üblichen Sündenböcke. Bei den Schuldzuweisungen stehen Zitronen ganz oben auf der Liste, ebenso wie der Verzehr von Obst. Gesundheitsexperten sind zunehmend der Meinung, dass der Zucker von Obst und die Säure von Zitronen schädlich für die Zähne sind und um jeden Preis vermieden werden sollten. In der Zwischenzeit sind Fluoridbehandlungen in der Zahnarztpraxis und das Putzen mit giftigen Zahnpasten zu Hause gängige Praxis. Die Körperschemie der meisten Menschen ist stark säurehaltig und Substanzen wie Kaffee, grüner Tee, Kombucha-Tee und andere tragen zu diesem sauren Blut bei und erzeugen ein Übermaß an ungesunder Magensäure, die mit der Zeit die Zähne von innen heraus schädigt. Im Podcast berichtet Anthony, was in der Zahnarztpraxis vermieden werden sollte, warum Zucker nicht die Ursache von Zahnproblemen ist. Er erklärt, warum manche Kinder Zähne haben, die faulen und ausfallen, obwohl sie Zucker meiden. Und er sagt, erfahre wie Mineralstoffmängel, ererbte Toxine und Gifte aus der Familienlinie, die über Generationen zurückreichen, eine Rolle bei Zahnschmelzverfall spielen. Warum ein Schüler in der Highschool die gleiche Ernährung wie ein anderer Schüler zu sich nehmen kann, aber unterschiedliche Ergebnisse auftreten. Zum Beispiel drei Karies bei dem einen Schüler, aber 15 Karies bei dem anderen. Wie die meisten Menschen von uns mit Defiziten auf die Welt kommen, die sich im Laufe der Zeit anhäufen und verstärken, um wie sich diese Defizite in unseren Zähnen niederschlagen. Er sagt, dass Zähne wie Zeitkapseln sind. Und er weist darauf hin, wie wir unsere Zähne bis zu dem Punkt abbauen, an dem sie porös werden. Anthony verrät, dass Röntgenstrahlen, also Röntgenbilder, nicht in der Lage sind, den Abbau unserer Zähne von innen heraus zu erkennen. Und wie wir im Laufe der Zeit einen Mangel bekommen und was das mit Krankheitserregern zu tun hat. Und von welchem Nährstoff unser Zahnfleisch am besten genährt wird. Ich muss mal schauen, dass ich die Podcast-Folge auch übersetzen kann. Es hört sich wirklich spannend an. Untertitelung im Auftrag des Zähne